Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Pflanzenzucht und wie ihr seht sind Pflanzen Nach ungefähr 1-2 Wochen sind die ersten Pflanzen hier gekommen. Hier ist unser Kleiner und da ist einer, warte, warte, da. Den habe ich als allererstes gesehen. Ich bin sehr überrascht. Ich habe schon fast gedacht, ich könnte das Projekt hier aufgeben, aber hier sehe ich nicht viel. Hier sehe ich nur diesen Schimmelscheiß. Auf Deutsch gesagt, aber mehr auch nicht. Ja, der Brownie 90 ist auch mit am Start. Und hier. Ist da drin was? Auch nicht. Aber bis jetzt sind unsere offenen Pflanzen hier im Voraus. Wir machen hier so eine Art Pflanzenwachstumswettrennen. Und bis jetzt gewinnt. Wer gewinnt. Bis jetzt sind die in Führung. Die anderen legen weit hinten. Also es wird, das Projekt wird ungefähr bis Anfang oder bis Ende der Sommerferien gehen. Natürlich. Ich glaube, wenn die schon richtig gut sind, am Anfang, wenn die noch nicht so gut sind, dann am Ende. Es könnte aber auch schon am Ende der... Oder am Mitte. Es könnte auch schon am Ende der Osterferien sein, aber... Das kann auch... Aber es geht davon aus, wie lange die brauchen zum Wachsen. Und wie groß die wachsen und wann die eingehen. Ja. Wir werden uns ganz schön lange drum kümmern, so dass sie groß werden und auch lange halten. Es sind nämlich alles Kräuter hier. Und vielleicht mache ich dann mal mit denen hier ein Kochvideo mit diesen Kräutern. Auf den anderen Kanal gucken wir mal XD. Apropos, wer nur diesen Kanal kennt, abonnieren den anderen Kanal. Und auch diesen, falls ihr neu seid. Ja. Der Brownie ist auch ganz schön oft mit am Start, weil... Fast immer. Fast immer. Ja. Ganz wenige Videos gibst du, wo er nicht mit am Start ist. Das einzige... Der einzige Ausnahme ist Pixelmon. Da bin ich nicht da. Meistens. Außer bei Pixelmon. Ganz selten bin ich da. Online. Online bin ich dabei. Da machst du nur mit, weil das ist ein Projekt... Das ist ein zweier Projekt. Ja. Das ist halt so. Ja. Ja, mir gefällt das Projekt. Und hier sind ja jetzt unsere kleinen Pflanzen. Der hat auch so ein Mini-Blatt. So ein kleines Mini-Blatt. So ein kleines Mini-Blatt. Ja, so ein kleines Mini-Blatt. Und der, der muss den Blatt noch entfalten. Leute, das war's für diese Folge. Hoffentlich hat es gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.